So, alle bereit? Ah, warte, Antony, du weißt gar nicht, wie es geht, oder? Nee. Okay, ich erklärs dir kurz. Ist selbst erklärend, mach einfach go. Scheiß drauf. Erstmal musst du dir eine Geschichte ausdenken, aber am besten so drei, vier Wörter. Ja. Also am besten sowas wie zum Beispiel... Wer zerstört ein Buch. Philipp ist gut in Valorant. Oh mein Gott. Hä, jemand hat was voll ähnliches wie ich. What the fuck? Ich hab so gesmurft. Ich hab so gesmurft. Allein dafür hab ich ein Award schon verdient. Für die Zeichnung. Da kommt wieder die kompetitive Ader raus bei Wurgeer. What zum Fick ist das denn? Hä? Was wird das gemacht? Ich weiß nicht, was mit meinem Parallel-Tablett ist. Warum das so komisch ist gerade. Oh mein Gott, ich muss schnell... What the fuck? Okay. Tschüss. Äh. Mein Freund sein, komm wir tanzen. Hm, hm. Da droht es, sollte ursprünglich der Mund werden. Da muss reichen. Hab mich aber dann für die Nase entschieden. Damit man erkennt, dass ein Hund sein könnte. Könnte natürlich auch jedes andere Wesen sein auf diesem Planeten. Aber... Ähm... Der Mund war der... Der Mund war der Plan, okay? Wenn man das nicht erkennen, dann weiß ich auch nicht weiter. Was ist das denn? Was ist der Fick? Hä? Hä? Irgendjemand hat eine ganz ähnliche Sache zu meinem genommen, glaube ich. Oder mein eigenes wird ganz, ganz komisch behandelt. Ich glaube... Das bin ich. Fuck! Okay, ich hab aber eine sehr gute Idee. Boah, wie male ich das denn jetzt, Alter? Ich habe eine sehr gute Idee. Scheiße! Oh mein Gott, ey. Das kann man erkennen. Scheiße! Was? Ja, es ist so hart. Was ist das denn? Kann man erkennen? Gott, fast. Lass gut sein. Let's go Affe bricht aus zu aus Was? Warum habt ihr dauernd Affen im Zuhu? Free bitches Eine glückliche Katze hat er gebt Oh Oh Süße Katze möchte adoptiert werden Oh Jetzt kommt's Alter Brückli Das ist eine Schweinebeerkatze Ok 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 Mondlandung der Ego Oh Alter nicht schlecht Nicht schlecht Nova Du gehörst im Weltall Du gehörst im Weltall Entschuldigung schon mal für die Zeichnung jetzt Da konnte ich absolut nichts anfangen Wie Higa Huso Eine blonde Frau ist nachts Oh 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 Eine blonde Frau ist nachts Oh 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 Wait for it Ok ok Bin gespannt Hund bekommt leckere Leckerlis in dein Mund rein Oh 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 Wie geil sieht einfach aus wie Rudolf Können Hundknochen Jürgen Karu sei aber Picasso oder was Wer ist der denn Oh 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 Wie gut Das war Smurf Vor allem Pass auf Zane Jo Das blinden Ding ist halt wohl verschrauben Lies ihn schaukelt mit Tütü So Krank Wait for it Ey wir gut Lies ihn mit einem Tütü auf einem Alter Alter Sie kennen den Und was hat Nova draus gemacht Jawoll Jawoll Das ist die Kasse Fuckin gut Hammer Haben wir gesmurft die Runde Alter Die ist gut Die Runde Es war einmal im schönen Spandau Ich dachte wir sollen eine Geschichte machen Oh mein Gott Hä Was ist das geworden Was ist das geworden 2.15 Uhr Erstmal Abgehen Ja da habe ich jetzt leider reingekackt Ich wollte das Viertel nach 3.12 Uhr warten schreiben Oh mein Gott Hey Franzi Hey Franzi Hey Franzi das ist halt so cool Oh Gott Insane gemacht Hey wie gut Und der Oh mein Gott Kuh reitet auf Mond mit Schlüpper aufm Kopf Warte mal Alter Insane gut Ist mega gut aber Ein kleiner Kevin kleint euch lange Ich dachte so was für ein Kevin kleint Keine Mit Antonia richtig gut Ein Weltraumelf Junge diese Zucchini Rakete Oh mein Gott Das war nice Das war nice Oh mein Gott das war richtig gut Let's go Haben wir eigentlich gemerkt wer Punkte kriegt? Ne 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 wir alle Dann los Wenn man einmal so ein bisschen quer durch die Länder fährt Für Conventions dann Du süß Ich glaube meins könnte es schaffen Eventuell bis zum Ende durch erraten zu werden Da sind ein paar gute Eckpunkte dabei Da kann man sich gut daran orientieren Langhangeln So Oh Alter was schreibt ihr da für Sachen rein? Ich habe im Winter ein bisschen zu viel gemalt Aber es ist fein Ach was weiß ich alter Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Was? Äh Oh mein Gott Okay Okay Oh nein das ist ja voll gemein zu malen Nein Nein scheiße Das ist actually not bad Hä? Alter what the? Oh shit Oh da gab es ja wirklich wenig Zeit diesmal Ich habe auch scheiße gebaut Also ich habe nicht geschmissen glaube ich Alter was zum Fick Äh Das ist doch geil oder? Ich habe einen von euch habe ich hart gescamt Wenn ich nicht geschrieben habe So La 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 So let's go Gucken wir mal Oh Gott Doping für die Haare Oh no Oh no Johnny Johnny Oh no Johnny stellen die Haare ab Ja da habe ich rein geschissen Gargamel ist von mir Das ist gar nicht mehr Puh Ich kann nicht mehr Kann mir das schon Ja Okay was hat Bruggie geschrieben? D-Rex kommt nicht ans oberste Regal Kleiner Dino kommt nicht an die Lakerlis. Kleines Krokodil kommt nicht an die Lakerlis. Was für ein Krokodil, Antonia, das ist doch ein Dino. Das finde ich jetzt nicht. Oh mein Gott, Gargamel ist verliebt bei dir. Bröki sieht schon wieder Jana als Support in seinem Team. Karun zugeiert auf geile Dunkelmache. Was? Das bin ich? Noah wird gesthr erimt und hat einen Zaubererhut. Oh, not bad. Ist das halt mein Bröki, den man in der Ecke sieht? Hallo? Oh mein Gott, einer Gargamel haut mich komplett um. Der Gargamel ist verliebt. Flesk ist unzufrieden mit seinem Selfie. Oh, warum war Flesk? Flesk macht ein trauriges Selfie für Instagram. Instagram? Trauriges Selfie? Flesk macht ein Instagram-Selfie mit irgendeiner Kackbrille. Finde ich gut. Novas würdiger Gegner im Boxkampf. Oh, shit. Ey, warum war ein Schaf? Antoni, er boxt unschuldige Schafe. Ach, das soll ein Schaf sein. Alter, das sieht man doch. Plotinen. Oh, wie schön. Also gezeichnet, ey. Ich hab an P-Luin und was gedacht. Pizzastück mit Partyhut und Bröte. Oh mein Gott, das ist so was Cooles werden können. Eine Flöte spielende Gemüsepizza. Ey, Gemüsepizza war richtig. Wie macht das denn Flöte? Das soll die Musik machen. Alter, Alter. Ich muss mir... Wo war das Ding mit Gargamel? Das lad ich runter. Warte kurz. Oh, mein Alter, der Gargamel ist verliebt. War schon scheißen. Armer Joddy, ey. Das war's. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020